Willkommen zurück. Wir waren hier stehen geblieben in Monas zuhause und wenn ihr denkt Max zuhause ist ein bisschen seltsam, dann solltet ihr euch das mal anschauen. Auto. So ein Auto, wie irgendwann mal, wenn ich Geld habe, will ich mir so ein Auto kaufen. Was haben wir denn hier? Der Flash of Fallen Angels. Hallo? Wo muss ich denn hier hin? Ah, der ist jetzt einfach Vollgas gegen die Wand gerannt. Armer Junge. Was haben wir denn hier? Da nicht, aber da sollten wir rein, oder? Du Sau. Warte, ach ich habe keine Nahkampfwaffe mehr, oder? Ich werde angerufen. Ich heiße aber Max. Gott sei das Scheiß, dass wer wird denn in sowas reingehen wollen? Oh, die kriegen einen Einlauf. Fangen wir mal das an. Nein. Da gab es keinen Lock auf der Fronten. Ich wusste, warum das Ort nicht mit Hobo und schrecklichen Hübschern. Ein kleiner Wunder. Na? Hau ab! Hat ein bisschen was von einer Flug übers Kuckucksnest. Boah sowas will ich auch wieder heimhaben. Das sieht cool aus. Mist ich kann ihn nicht austricksen. Haha doch. Naja. Und noch eine Weck und noch mehr, ich hau dich. Haha Einlaufspitze. Bam Bam. Noch eine. Bam Bam Bam. Ich bin so böse. Das war die Einlaufspritze. Das hätte wie getan. Aber wirklich. So. Wir müssen hin. Mond, Mond. Super Meat Boy. Mond. Da muss ich hin. A fun house is a linear sequence of scares. Take it or leave it is the only choice given. Na? Wenn man... Wir haben unsere Entscheidungen für uns gemacht, wegen von wer wir sind. Ein Telefon. John Mira? Ja. Das ist er. Das ist John Mira. So. Ich dachte, ich werde jetzt nach unten gefahren. Das verwirrt mich immer hier. Da muss ich hier hin, gell. Nicht nach links. Da ist kein Erlebnis. Zack. Gut. Ich war hinter den Rückträumen. Ich war wärmer. Und den Raum haben sie doch alles eingeführt. Um mit der Physik-Engine anzugeben. Boing. Hui. Hui. Was haben wir denn hier? Miau. Ah, die wollen nicht mehr hoch. Gute Nacht. Hm. Hm. Kann man nicht rein, muss ich einen anderen Weg suchen. Wie immer. Was haben wir denn hier alles? Waffen. Ha. Spiele Lords & Ladies. Das ist die beste Waffe im Spiel meiner Meinung nach. Weil die nicht einfach bloß ziemlich genau ist, sondern auch noch eine kleine Zoom-Funktion hat. Für weiter entfernte Gegner. Wird später nochmal sehr wichtig. Na. Den kann ich gleich mitnehmen. Haben wir hier noch irgendwo was Gutes rumliegen? Nö. Sind wir da drin? Na. Kann ich wohl auch nicht nehmen. Schauen wir doch mal weiter. Boxhack. Schade. Ich hätte es gefreut, wenn sie geschrien hätte. Das ist auch gar nicht mehr. Ich glaube, da würde doch ein übelster Zug reinkommen. Wir brauchen zu sprechen. Bring mir eine Taube, bitte? Okay. Hier. Ich bin, bitte. Ich bin nur noch ein Gerät. Ich bin nur noch ein Gerät. Ich bin nur noch ein Gerät. Sie können jetzt meine Brüge ein Gefühl mir anschauen. Kapitel 7, sehr gut. Es geht voran. Ich will heute noch, wenn es geht, Part 1 durchbringen. Es geht voran. Es geht voran. Und hier habe ich gedacht, dass die Verschwierungen aus dem Stil ist. Wir sind hier. So sind sie. Ich bin der einzige, die hier ein Stück handeln. Welcher fliege? Sie sind hinter ihm. Die Elevator arbeiten mit den Appartementen. Und von der Stil hier. Sie haben die meisten von ihnen auf den Stil. Die Guard haben die Alarm geöffnet, bevor sie getötet haben. Wir müssen das schnell machen. Wir sollten nicht einfach warten. Hier. So können wir in Kontakt bleiben. Du operierst die Elevator von hier und ich gehe. Ich gehe. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Ich habe die Pläne vor mir. Ich kann dich durchleiten. Ich kann dich durchleiten. Wie ist das denn, dass du eigentlich so жив bist? Ich habe gesehen, dass du ein Blut zu den Kopf genommen hast. Vielleicht ist sie noch da. Es bleibt mich auf den Fokus. Für das zu arbeiten. Ich hätte sie zu vertrauen. Lass uns zu arbeiten. Ich habe immer diese... Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was es darstellen soll. Naja. Hallo. 1, 2. Ja, den muss ich auch noch erleben. Was haben wir denn hier alles noch? Kühlschrank. Hm. Ich habe Hunger. Ich habe wirklich Hunger. Ich habe wirklich Hunger. Naja. Das Zimmer schauen wir jetzt aber erstmal im nächsten Video. Also tschüss Leute. Hallo Leute. Ich habe wirklich Angst.